Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuesten Quick Guide. Heute mal wieder mit einem Flipper von Data East und zwar der erste von den beiden Simpsons Flippern. Und dieser Flipper, der dreht sich auch noch um die älteren Folgen. Man sieht es auch am Backglas und auch auf dem Playfield, dass hier Charaktere dabei sind, die man schon lange nicht mehr gesehen hat. Wie zum Beispiel auf dem rechten Slingshot Zahnfleisch, Bluter Murphy. Also die alten Folgen sind wirklich großartig und die mag ich sehr gerne. Der Flipper an sich ist auch nicht schlecht. Es gibt hier eine ganze Menge zu tun. Also wir haben nicht nur hier links eine Rampe sitzen. Ich finde auch diese Cooling Towers von diesem Atomkraftwerk sehr cool gemacht. Also es ist wirklich sehr schön integriert. Das Thema gefällt mir wirklich sehr gut. So, wir drücken den Startbutton. Startbutton. Dann können wir die Kugel abziehen und ins Spiel kommen. Und bevor es losgeht, will ich mich nochmal kurz bei Stefan bedanken, dass ich vorbeikommen durfte zum Film. So, die Kugel kommt hier oben an. Wir haben das wie bei allen anderen Flippern auch oder bei ziemlich vielen Flippern. Wir können das hier wieder hin und her schalten mit den Flipperfingern. Und wenn wir hier alle drei Donuts eingesammelt haben, kriegen wir einen Bonus-Multiplikator. Und der ist gar nicht so unwichtig. Auch ein Mystery-Value. Damit kann man den auch nochmal schön hochschrauben. Und man sieht auch hier unten, wenn ich sechsfach Bonus-Multiplikator habe, dann ist auch noch der Extra-Ball beleuchtet. Und was natürlich auch viel wichtiger ist, oben drüber hat man Bonus-Hold. Also das kann ich mir auch erspielen. Und wenn ich dann natürlich einen hohen Multiplikator habe und das zunächst einen Kugel übertrage, ist es natürlich der absolute Wahnsinn. Wir fangen auf der linken Seite an. Wir haben ganz linksaußen den Quickie-Mark-Kick. Also das ist nichts anderes als der Kickback. Wenn er ausgelöst wurde, auch auf der linken Seite, ein Stückchen weiter oben, haben wir drei Ziele. Wenn wir die treffen, dann gibt Huma nochmal ein paar coole Sprüche zum Besten. Und wenn wir die alle drei haben, dann ist der Quickie-Mark-Kick auch wieder beleuchtet. Und dann können wir da auch wieder reinspielen. Ein Stückchen weiter oben, da können wir uns später dieses Bonus-Hold abholen. Also das ist nicht automatisch, das müssen wir uns noch einsammeln. Aber ich kann in dieser Mulde auch die Kugel beleuchten, später für den Extra-Ball. Aber da kommen wir nachher zum Schluss zu. Direkt daneben natürlich die linke Rampe. Und jetzt gerade habe ich sie getroffen. Jetzt blinkt sie auch wild. Und wenn man es auch liest auf der linken Seite, dann steht es auch drauf, wenn ich die Rampe zweimal treffe, und das muss ich innerhalb von zehn Sekunden tun, dann bekomme ich hier noch diesen Mystery-Value. Und der ist, wie gesagt, sehr wichtig. Später ist die linke Rampe natürlich für den Jackpot gut, aber da kommen wir nachher zu. Man wird auch immer darauf hingewiesen, dass man die linke Rampe spielen muss. Und hier in dem Backbox kann man auch sehen, welche Sachen da aktiv sind. Und ein Fünffach-Multiplikator ist natürlich absoluter Wahnsinn. Aber auch so kann man hier einen Extra-Ball mitnehmen. Also wie gesagt, die Mystery-Value unbedingt mitnehmen. Rechts neben der linken Rampe, da haben wir hier den Bigfoot-Huma. Und wer die Folge kennt, die ist wirklich großartig. Dort können wir auch eine Kugel einloggen. Und wie gesagt, wir müssen nachher beim Start des Multiballs wieder einloggen. Die Kugel kommt dann hier hinten rüber, wird hochgeschossen und kommt auf den linken Flipperfinger wieder zurück. Die Millions sind auch wichtig. Wenn ich einmal diese drei Lanes fertig habe mit den Dronuts, wo ich den Bonus-Multiplikator hochschrauben kann, dann bekomme ich einen Buchstaben. Wenn ich die linke Rampe treffe, bekomme ich noch einen Buchstaben. Habe ich das Wort komplett voll. Dann läuft ein Timer von 15 Sekunden runter und ich kann auf der linken Rampe richtig Millionen sammeln. So, jetzt wollen wir natürlich erstmal hier den Log beleuchten. Dafür müssen wir hier in der Mitte die Ziele treffen mit den Kegeln. Und wenn ich alle drei runtergezogen habe, dann kann man es auch unten drunter lesen. Dann wird Log beleuchtet und ich kann dann auch den Multiball starten. Was wir auf der rechten Seite noch haben, da können wir natürlich auch nochmal reinspielen. Dann kommt die Kugel wieder zurück auf den rechten Flipperfinger. Wichtig sind aber auch hier jetzt diese Cooling Towers. Wenn ich die oft genug gespielt habe, dann kann ich mir nachher den Nuclear Power Value abholen. Da muss ich darauf achten, welcher von den Jets dann blinkt. Sofort drauf spielen, gibt gute Punkte. Ganz auf der rechten Seite, da haben wir auch noch so ein paar kleine Targets. Wenn wir die alle runtergezogen haben, kriegen wir zum einen natürlich viele Punkte. Aber hier kann ich dann Bonus Hold beleuchten. In der zweiten Stufe kann ich einen Extra Ball bekommen. In der dritten kann ich auch ein Special bekommen. Also nicht unbedingt drauf zielen. Ab und zu trifft man sie automatisch. Aber wenn da nur noch einer steht, dann auf jeden Fall drauf ziehen, abholen. Auf der rechten Seite, die ist relativ unspektakulär. Rechts außen können wir ebenfalls einen Extra Ball sammeln. Das können wir natürlich auch in diesem rechten Vertical Up Kicker. Also ich finde es persönlich gesagt immer so ein bisschen albern, wenn man auf den Außenbahnen ein Special oder einen Extra Ball legt. Aber das ist nur mein Empfinden, muss nicht jeder genauso sehen. In der Mitte nicht zu vergessen der Pin. Also wenn man gerade in diese Bowling Targets spielt, dann kann das schon mal passieren, dass die Kugel sehr gerade runterkommt. Einfach kommen lassen, hoch titschen lassen und es geht weiter. So, wir haben jetzt die Kugeln gelockt für den Multiball. Man startet auch erst mit zwei Kugeln. Man muss nämlich jetzt erstmal wieder eine Kugel einlocken, was ich jetzt gerade auf der linken Seite geschafft habe. Jetzt muss ich mich aber beeilen und ebenfalls die zweite Kugel einlocken, damit dann überhaupt der Dreier-Multiball gestartet wird. Man wird auch darauf hingewiesen mit dem Timer. Und auch so, wenn man in der dritten Stufe ist, also in dem Dreier-Multiball, dann kann man hier neben Huma, links daneben, direkt sehen, in welchem Level gerade das Atomkraftwerk ist und das ist auch entscheidend für die Punkte. Also man darf hier die Flipperfinger nicht anziehen, sondern muss hier sofort on the fly spielen. Dann geht der Bonus auch hoch und wenn dann nachher die 5 Millionen erreicht sind, dann sollte man natürlich schnellstmöglich die linke Rampe spielen und sich dann den Jackpot mitnehmen. Und das ist auch eigentlich alles, was ich hierzu erklären kann. Ich bedanke mich wieder bei euch fürs Zuschauen und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.